moin leute herzlich willkommen zu einem neuen video heute am dienstag ich hoffe ihr hattet schöne ostertage ja und ich habe mir heute mal gedacht ich wollte heute mal ein reaktionsvideo machen und zwar von einem der ein produkt gegründet hat oder erstellt hat so ein bonbon den sogar bei rewe bei ein zwei rewe märkten wo platzieren konnte ja und jetzt wohl richtig gute bestellungen hat und so weiter und sogar jetzt erweitern muss größeres lager haben muss teilweise konnte er seine bestellung gar nicht mehr aussehen weil es viel zu groß wurde mega spannendes thema muss ich sagen also wir haben wir rein wir gucken mal rein und ich würde sagen wir schauen uns das ganze mal an ich wünsche euch viel spaß dabei der vierte neunte 2023 der tag wo ich mich entschieden habe ein eigenes produkt zu gründen was komplett eskaliert das ist ja genau der geschmack der mich in die kindheit zurückwirft nur schmeckt es deutlich hochwertiger mir schmecken sie auch sehr gut ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen sie hier irgendwo in unser influenza regal zu verewigen sieht sehr cool aus nun schauen wir mal schnell was abverkauft das produkt funktioniert so wie es sein sollte es wird gekauft ich bin sold out ich brauche unbedingt ganz ganz viele neue sapland caddies und das obwohl meine reichweite nicht ansatzweise an andere impfen zu rankommen die da ihr produkt grund doch es gibt ein ernstes der online shop und der gewinn dabei mein name ist cedric und ich verpacke und verschicke diese also mega geil muss ich sagen also also ich finde es echt cool dass jemand der sagt ich will nicht nur youtube videos erstellen sondern ich mache ein neues produkt so ein bonbon wie heißt das sapland und ja ist halt etwa in rewe märkten mal random reingegangen und hat gefragt bei dem geschäftsführer mensch wirst du mir hier mal was ich ein regal oder so ein korp hinstellen wo ich die dinge reintun kann und die für einen gewissen preis verkaufen kann und da war ich immer sagte ja klar macht das mal ist okay für machen und dann hat er den ersten rebeladen gehabt dann hat er das bei diesem ihr kennt ja auch sicherlich hier den kiosk der kiosk von aaron troschke da da hat er den auch wohl platzieren können ging auch gut weg ja und jetzt geht es halt irgendwie immer weiter jetzt werden jetzt jetzt hat er wohl eine marke gegründet die soll wohl nachscheißen das wird er sicherlich gleich noch sagen also echt mega geil muss ich sagen so ein projekt wir gucken mal weiter rein das einzige problem dabei ist ich muss alles pern verpacken und so kann das echt nicht mehr weitergehen dazu kommt auch noch dass das ganze produkt auf einen namen basiert der nicht mehr existiert wir müssen was ändern und das vor allem schnell glaube es ist wirklich die spannendste folge der ganzen staffel denn ich gründe ein neues produkt für diese packung ja es ist genauso wie ihr hört aber bevor ich davon erzählen möchte ich hundertprozentig transparent sein denn es gibt wirklich viele probleme und damit meine ich wirklich viele denn so wie es gerade vorangeht kann es nicht weitergehen und das sieht marvin will teile genauso gestern habe ich einen anruf bekommen wirklich wutentbrannt haben mich die kiosk mitarbeiter angerufen dass hier wohl ein paket angekommen ist ohne dass sie bescheid wissen denn wir haben neue zeppelin candys bekommen und zwar 500 stück aber drei monate zu spät und da muss ich den bösen zeigefinger rausholen normalerweise wenn ein lieferant hier was drei monate später her bringt dann lehnen wir das in der regel ab aber also sie dass die problematik dahinter nicht wenn du nicht wirklich richtig professionell bist ja wenn ich mich angucke meine regal dahinten also ich habe ja auch schon mal gedacht irgendwie online shops erstellen da müsste ich aber auch wirklich ja noch professioneller werden bzw einfach mehr kapazitäten haben und dann sieht man das ja wenn es da mal nicht richtig läuft ja dann kann es auch mal vielleicht ärger geben mit dem kunden und so weiter aber wir hören wir hören weiter rein das ändert sich wohl jetzt auch demnächst etwas wir wissen ja dass du so sehr an diesem projekt hängst dementsprechend haben wir die jetzt auch wieder hier und inzwischen mussten wir dein produkt unten hin packen erstmal übergangsweise weil wir das alles neu sortieren müssen hängt so ein bisschen damit zusammen dass das überraschend hier ankam und wir den platz noch nicht eingeplant haben aber wir werden einen besseren platz für dich finden das verspreche ich dir und wenn ihr sie haben wollt kommt gerne vorbei nach berlin in unseren kiosk oder gibt es auch bei uns im online shop der minus kiosk.de könnt ihr bestellen das war aber nicht das einzige problem denn wir hatten oft einfach die probleme dass wir viel zu viele sachen verkauft hatten die wir gar nicht im lager hatten das führte dazu dass paypal und shopify nicht ganz zufrieden mit uns waren weil sie dachten dass wir irgendwelche leute verarschen und zwar habe ich in den letzten tagen vermehrt e mails bekommen von paypal wo sie gesagt haben sie haben einen neuen fall und das ist nicht die einzige e mail die ich von paypal bekommen habe das heißt mindestens fünf sechs oder vielleicht sogar sieben leute haben bei paypal ein verfahren gegen mich als shopbesitzer eingeleitet um mir Geld zurückzubekommen weil das so viele leute gemacht haben dass paypal den account von meinem geschäftskonto worüber der shop läuft als verdächtigt eingestuft das heißt kann sein dass wir in unser geld jetzt gar nicht mehr rankommen das problem ist nur wir haben niemanden gescammt aber paypal denkt von uns dass wir sie gescammt haben einfach da die kunden noch nicht ihre bestellungen bekommen haben wir hatten so enorme probleme gehabt bei der ganzen lieferzeit und bei dem ganzen shipping hin und her dass wir es einfach nicht geschafft haben in der versprochenen zeit den leuten ihre candies zuzuschicken das heißt wir brauchen unbedingt eine bessere logistik das problem was ihr da seht ist nicht so einfach zu lösen wie ihr vielleicht denkt es ist nämlich letztendlich ein komplettes wahrenwirtschaftssystem was die komplette übersicht über deine wahren hat so ein wahrenwirtschaftssystem ist zum beispiel dafür praktisch mal zu sehen wie viel gewinn mache ich das wenn ich an den rewe verkaufe wie viel gewinn mache ich beim onlineshop es ist nämlich immer unterschiedlich und das kann es perfekt ausrechnen und den überblick sparen dazu kann es dir halt auch immer sagen ob du genug bonbons noch im lagerst oder halt nicht doch so wie es bei mir gerade weiter läuft mit den bonbons kann es nicht weitergehen es kann nicht so weiterlaufen dass ihr mehrere wochen auf eure bonbons waren müssen und darum habe ich mir was überlegt ich brauche so ein wahrenwirtschaftssystem und weil ich dieses problem nicht mehr haben möchte um keine überbestellung mehr zu haben kenne ich eine person die mir dabei helfen möchte also wahrenwirtschaftssystem ist wenn du professionell wirst wirklich wichtig ich habe ja ich arbeite ja auch mit so einem wissenschaftssystem zusammen es ist aber mehr eine buchhaltungssystem was ich da jetzt habe damit ich meine voranmeldung machen kann für das finanzamt alle drei monate quartalsweise aber wenn man natürlich richtigen jahren produkte hat die man praktisch vermarktet auch im internet da brauchst du auch bestände damit man weiß auch die kunden vielleicht wissen also damit auch der computer weiß was er verkaufen kann letztlich im onlineshop und das gibt es schon solche tollen wahren wirtschaftsprogramme wo dann wirklich mein wegen ist ein hundertstück vorhanden und sobald ein kunde was gekauft hat sind so 99 98 und so weiter das heißt wenn irgendwann bei null angekommen ist dann kannst du kann auch der kunde gar nichts mehr kaufen und ich denke das ist natürlich schon echt ein vorteil ist wenn man das nur random macht sage ich mal weil wenn du wirklich mal nichts auf lager hast und der kunde bestellt und du hast den kram nicht da ja dann musst du erst mal warten bis die lieferung kommt das kann natürlich auch ärger für die kunden bedeuten oder es ist natürlich sehr ärgerlich freut mich du kannst mir letztendlich helfen bei meinen problemen wir haben ja schon ein bisschen telefoniert ich weiß nicht was es geht lassen sie besser im lager starten machen wir so denn mario kann dafür wirklich sorgen dass ich nie wieder irgendwelche überbestellungen habe dass irgendwie kunden über monat warten und ich letztendlich irgendein verfahren habe dass irgendwelche leute auf ihre bonbons warten und darum let's go wir haben uns spezialisiert auf die entwicklung von business software also eigentlich all das was ein unternehmen braucht um besser effizienter und umsatzstärker zu werden für was für ein produkt habe ich mich überhaupt entschieden werden es immer noch bonbons sein oder mache ich was komplett andere ich kann euch sagen nein ich bleibe bei den bonbons es wird sich nur was großes verändern zwei wochen später und ich habe mich entschieden ich gründe einen neuen namen setman candy zwar von damals ich entscheide mich jetzt für nasch es ist einsilvig und das design ist wirklich nice das ist einmal die frontseite nasch himbeere hand made und vegan und da noch ein bild von mir wo man einfach mal ein bisschen checkt wer ich als person bin falls die leute im supermarkt da sind und ich glaube wenn es in die ersten reweferien reinkommt könnte das wirklich passieren dass die leute das auch kaufen nicht weil sie mich nur kennen das beste daran ist jetzt aber wirklich ich habe jetzt wirklich nasch als marke eingetragen weil ich mir gedacht habe dieses produkt soll wirklich funktionieren also mega geil einfach eine marke zu gründen ich finde es richtig geil muss ich sagen zumal er hat ja schon background man kennt ihn jetzt ja schon er hätte schon in einigen rebewerken fahnden und ich muss echt sagen das ist auch noch mal so mein traum vielleicht so ein produkt zu haben was richtig geil läuft wo du es vielleicht irgendwie in die märkten auch sogar kriegst und so ein kleines besuch wie bonbons ich meine das ist ja von herstellung her sicherlich irgendwie machbar du hast nicht irgendwie tausend zigtaus verschiedene produkte sondern nur meinetwegen ein produkt verschiedene geschmacksrichtungen oder so das ist schon echt nice also man damit durch starten kann muss ich sagen mega spannend auf jeden fall weil ich jetzt wissen möchte wie ich damit umsatz mache treffe ich mario von tricoma der mir das ganze jetzt erklärt und selber schon die erfahrung damit gemacht es ist ja hier wirklich die lagerhalle alles vom anfang wie ich auch mein produkt machen möchte und du kannst mir wahrscheinlich vieles hier zu erklären oder auf jeden fall du kannst ja im handel mit verschiedenen produkten starten wir sagst du ich mache einen großhandel ich kauf ware eben einfach zu oder sagst du ich mache eine eigenmarke wir haben das eben auch gemacht wir haben unseren dutch ofen von grillschweine und den bieten wir im online handel eben auch mit an du hattest also letztendlich auch die gleiche idee wie ich du willst druck machen und hast du gesagt ich mache das einfach mal selber leidenschaftlicher griller und deswegen genau dieses produkt du hast aber schon einiges mehr geschafft ich glaube wir laufen mal hier durch wie viele hallen hast du es sind zwei hallen aneinander die zum wischen nach amazon mäßig aus so als wenn das so eine art lagerlogistik ist sowas wie ja fba sag ich mal so die haben amazon hat ja auch seine lagerhallen wo man eben dann praktisch eine lagerhalle so mehr mietet dann und dann praktisch die produkte dort gelagert werden und dann eben auch rausgegeben werden wenn sie dann oder ausgeliefert werden wenn sie verkauft wurden könnte so ähnliches sein damit 1600 quadratmeter und knapp 4000 produkte die wir auflagen 1000 produkte du hast ja hier wenn ich sehe was ist das das hier ist eine mobile campingtoilette kannst du hinstellen hast hier eine mülltüte und er hat sich ja dein geschäft erledigt damals gestartet eigentlich sogar mehr rotik bereich ist aber nicht marschenträchtig man dass du wirst du mit deinem artikel auch nach dem rotik bereich eine toilette okay es ist schwer damit eben geld zu verdienen und deswegen wir sind dann im bereich haushaltswaren reingegangen und sind jetzt bei campinggrill angelangt haushaltswaren wird jetzt weniger und campinggrillprodukte wie den dutchofen das machen wir jetzt aktuell sehr cool und letztendlich geht es ja wirklich darum mein produkt hier auch in das system reinzubringen und das ist jetzt glaube ich die nächste aufgabe oder richtig also wir nehmen deinen artikel legen den im system an und dann machen wir auch bilder davon letztendlich ist es das gerade ja auch das alte design ist nicht einfach daran wir haben zwar das neue design schon fertig und es ist gerade in der druckerei sollte jetzt aber wirklich keinen unterschied machen weil es letztendlich ja immer noch der gleichprozess ist es ja nur ein altes bild darum was wir jetzt der nächste schritt damit wir das hier in dem system reinbekommen und ich das letztendlich verkaufen kann wir machen das ganze bei uns mobil mit einem rollwagen die kommen da rein das ist eine ganz normale fotobox also das ist auch glaube ich ganz typisch für solche lagerhallen das ist so eine kommissionierungsrollen oder kommissionierungswagen haben sag ich mal meistens haben die gänge alle nummer und sogar die einzelnen produkte so eine nummer und da wird ja gesagt irgendwie gang c was ist ich reihe 20 und dann das dritte produkt so ähnlich da kann man mit dem wagen praktisch reihe c gehen dann in die zwanzigsten regal oder so und dann findet man das produkt dort ich glaube das ist so eine ganz typische organisation für solche regale sag ich mal das heißt ich gehe jetzt einfach mal drauf mache jetzt einfach mal ein foto davon das wird ins system reingeladen sie ist auch schon das im system mit drin und das wird jetzt auch automatisch freigestellt wir haben ein foto gemacht jetzt ist der nächste schritt letztendlich einfach mal klarzustellen was passiert wenn einer bestellt und wie ist dann der ablauf wenn einer bestellt einen monat wollen die leute ja wahrscheinlich nicht warten vor allem du hast ja auch nicht viel was du an dem artikel verdienst das heißt es muss ultra schnell im pick and pack gehen und das schauen wir uns jetzt an wenn ich jetzt die erste zusage von den supermärkten bekommen würde müsste alles funktionieren das heißt da dürften kein lieferproblem geben und da muss alles klappen und darum wurde mir jetzt gezeigt wie kann ich mein produkt richtig in den regalen zuordnen wir wollen das ja jetzt für mein produkt machen darum lass uns gerne mal den da ganz hinten nehmen da würdest du einmal scannen oder was machst du denn genau ich kann den artikel dann lockt es sich bei diesem artikel ein dann scanne ich den nächsten step mein leiderplatz dann lege ich den artikel hier rein kann dann eben meine menge anpassen wo ich sage wie viel buche ich jetzt ein ich buche jetzt einen ein jetzt haben wir genau ein bonbon drin und das ist letztendlich auch das wichtige weil jetzt können auch nicht 100 leute was bestellen sondern nur einer jetzt kann auch nur einer was bestellen und sobald der verkauft werden würde geht der bestand auf null und du hast keinen überverkauf das ist natürlich geil das ist was ich gerade auch sagte also du kannst also das wird eingescannt das ist ein bonbon in dem fall so und wenn diese eine verkauft wurde kann da kein können mehr was bestellen weil eben keine ware mehr da ist das natürlich schon das ist halt das das ist glaube ich das was man haben muss dann gerade wenn du so online shoppen und so weiter das du machst ne das ist doch wirklich perfekt zu wissen weil das war letztendlich mein fehler der mich unglaublich viel arbeit gekostet weil einfach so viele leute bestellt haben und ich das gar nicht auslesen wir kennen mein problem und wissen jetzt was zu tun ist und ich glaube das ist der riesenvorteil und das habe ich genauso auch den ganzen supermarkt doch mit dem ich den supermarkt davon erzählt habe wie mein produkt aussieht ist es wahren und es hieß wirklich lange waren denn letztendlich hat sich kein supermarkt wirklich bei mir gemeldet ich musste immer wieder neu nachraten und irgendwann kam mir der entscheidende rückruf grundsätzlich ist auch eigentlich der plan das länger zu machen wir gründen das gerade konntet neu und ihr werdet die allerersten die das im supermarkt hätten erstmal freut mich dass ihr dabei seid wirklich lasst uns auf jeden fall in kontakt bleiben und dann freue ich mich darauf ein paar wochen hoffentlich mein produkt bei euch im supermarkt zu sehen oder so, ich glaube, dann hast du schon echt was gewonnen. Wenn das Besuch noch geil ist, dass die Leute haben wollen, mega, mega mäßig geil. Ach du Scheiße. Ich glaube, es war jetzt nicht schwer zu verstehen, was das gerade für ein Telefonat war. Es ist genau das passiert, worauf ich wirklich Monate jetzt wirklich hingearbeitet habe. Ein Supermarkt hat Interesse für mein Produkt. Nasch Himbeere kommt in den nächsten Supermarkt. Für mich hat es jetzt das Ganze wirklich angehen, diesmal ohne die ganzen Fehler. Ohne die ganzen Fehler heißt eigentlich nur ein Produkt, was komplett funktioniert, ohne meinen Namen. Ein fertiges Warenwirtschaftssystem, wo es nicht mehr zu Überbestellungen bekommt und jeder Kunde ein Produkt nach wenigen Tagen bekommt. Wir haben eine Zusage von Supermarkt und das ist wirklich unglaublich gut. Jetzt heißt es nur noch, dass Produkt ordentlich vermarkten, damit es auch weiterverkauft wird. Die Supermärkte wissen, es funktioniert. Darum bin ich mal so frech, checkt unbedingt die Beschreibung ab und checkt den Shop ab, werden die letzten Zappland Candy seinen Deal überhaupt kaufen können, müssen die Lager leer bekommen, damit die ganzen neuen Produkte auch produziert werden können. Nee, nein, also check doch mal mehr, ich bin noch mal unten verlegt. Und hab da mal eine Chance probiert, noch mal dort über die Bonbons zu reden. Das Marketing beginnt genau ab jetzt. Kilian ist da, er ist YouTuber, hat 56.000 AbonnentInnen und wir sind sehr froh, dass er da wird. Was findest du mal für Produkte und wie ist das so, eigene Produkte auf dem Markt zu haben? Es ist auch wieder total random und nicht irgendwie geplant gewesen. Ich hab jemanden kennengelernt, der Bonbons macht und so hat sich das entwickelt, dass es gut ankam. Ich gedacht habe, wait, daraus kann man eigentlich auch noch ein Produkt machen für sich selber und so hat sich das dann einfach weiter entwickelt. Jetzt stehe ich da mit irgendwie Bonbons, die an Kiosk oder an Grewe-Ketten weitergeleitet werden und so. Ja, warum nicht? Kannst du ein bisschen anteasern, was so für Themen noch so kommt? Also es kommt tatsächlich jetzt direkt ein neuer Part für die Bonbons, weil ich jetzt einen neuen Namen dafür entwickelt habe und der kommt natürlich dann in den nächsten Wochen online. Ja, kann man aber gerade nicht sagen, glaube ich. Ah, okay. Also da werden wir noch ein bisschen im Dunkeln gelassen. Naja, aber gespannt bin ich trotzdem. Mission erfolgreich und ihr könnt wirklich darauf gespannt sein, was in den nächsten Folgen alles passiert. Ab heute könnt ihr meine Zepplein Kennys nochmal als das letzte Mal in der Beschreibung bestellen, also klickt ihr gerne drauf. In der nächsten Folge werden die ersten Naschbombons in die ersten Rewe-Regal geräumt. Dazu wird das komplette Waren-Bitzt-System fertig aufgesetzt und ein neuer Onlineshop entsteht, wo ihr dann die Bonbons bestellen könnt. Dazu kommen auch noch mehr Ressorten in der nächsten Folge. Es ist wirklich ein unglaubliches Spektrum, was sich da gerade alles neu aufbaut. Also abonniert den Kanal. Ich möchte 60.000 Abonnieren. Also drückt da jetzt... Kratscher Typ, sag ich mal. Sowas liebe ich einfach, ne? Einfach so ein Business-Modell zu haben oder so ein Produkt zu machen, macht man unter Mökel-Ninji ja auch ein bisschen. äh, Montana Black. Aber, ähm... Ja, muss ich sagen, ich finde sowas mega spannend. Ja, dann würde ich sagen, ähm... Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das ist mal mal ein Reaktionsvideo. Und auch sowas wird öfter mal jetzt kommen auf diesem Kanal, denke ich. Das ist mal einfach... Ich finde etwas super spannend, was andere so machen. Und vielleicht kann man das eine oder andere auch wirklich abgucken. Da sind auch Business-Ideen dabei. Muss ich mal gucken. Ich habe auch Lust, irgendwie mal ein Produkt zu entwickeln oder so eine Süßigkeit halt oder ja, so eine Art wie so ein... so eine Candybox zu machen mit verschiedenen Produkten, die man dann halt als Bundle so, als ganze Kiste so verkauft, sag ich mal. Ähm... Vielleicht die, der... die allerechte Baba-Box oder so ähnlich, ja? Angelehnt auf Apurett. Nein, aber das, ähm... Wäre auch schon mal so ein Traum von mir mal gucken. Vielleicht einen Online-Shop aufzusetzen oder sowas. Da wird sicherlich auch nochmal was kommen. So. Ich würde sagen, lass einen Daumen hoch, da abonniere den Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann würde ich sagen, bis Donnerstag. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.